Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einem Level von Jambonacci. Und zwar handelt es sich um den Obstacle-Kurs. Denn dieses Level mag ich so gerne. Ja guck mal hier. All that damn it. Ja das ist doch richtig geil. Okay nochmal. Komm. Jetzt haben wir die Hände verloren. Ja geht doch. Wie geht's dir? Juuuiiii. Komm Timmy. Halt dich fest. Nein. Nein. Oh. Timmy lebt noch. Komm nicht mehr. Halt dich fest. Fest. Okay. Oh da hat es mal wieder gespritzt. Halt dich fest. Nein. Halt dich fest. Da. Warum alter. Warum. Was ist denn mit dem Klotz da? Wie wäre es wenn wir da mal drauf gehen? Komm wir versuchen es mal. Und schon geschah. Wow. Nix verloren. Wir sind jetzt außerhalb des Levels. Ist das nicht gerade. Ist das nicht gerade. Ist das nicht gerade. Ist das nicht gerade. Na komm wir versuchen es weiter. Waaaah. Der ist eigentlich richtig begabter Typ ey. Waaaah. Der ist eigentlich richtig begabter Typ ey. Waaaah. Toll. Da hab ich der Hand verloren. Nein. Waaaah. War schon komisch hier. Was ist besser. Waaaah. 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 ihr ist doch immer ein prolonged нев masks. Autsch. alsoh. Nochmal bis dahin. Nein! Dumm 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 dumm. Nein. Oh, ja. Nein! 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 Acht! Sieben! 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 Nein! 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 Bitte! Ja, komm! Komm, Alter! Geh, auf! Ja! Geht doch! Dann, dann, dann! Martin, weiß wie es geht! Ja, nice. So, Pogo-Game! Let's play it! Oh! Alter! I have... Nein! Ich war schon immer schlecht. In diesem Spielmodus. Nein! Oh, mein Gott! Easy! Getreget! Aber die Hintergrundfarbe ist doch etwas augenkrebsig, oder? Troll-Level! Hallo! Sie will... ...bekommen... ...Diamonds... ...wäh? Alk! Welcome to the Troll-Level! Wir lassen zuerst mal hier... Oh, nö! An der Stelle, wo es eigentlich am impossible-sten ist... Ja, verliere ich meinen Kopf, ja. Wie ich leibe und lebe. ...wäh? Willkommen... ...wäh? ...wäh? ...wäh- 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 Ja, ja, das ist... Das fällt runter! Oh! Oh! Oh, ist das spannend! Alter! Jui! Halt! Da oben war... Wir... Oh, lol! Einen stopp! Halt! Ja, ich muss das ja... Choose any tools! Troll or trolls! I want to choose... I want trolls! Ah! And will we become open? Trust me! What are you doing? I say... Tepper! Okay, you go on! Troll or lor 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 lor! Was heißt denn W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... Oder... What's... Wie... Was... Äh... Lajala... Lajala... Und ich würde auch sagen, dass wir... Hau... Noch ein letztes Level machen! Oh mein Fuss! Ja, ja... Was, alter? Friss! Friss! Nein, bitte! Nicht... Sterben! Nicht! 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 Sterben! Ha! Oh ja, nice! Oh mein Fuss! Alter! Boah! Ja! Komm! Komm! Nein! Bitte! Komm! Ja! Ich hab's geschafft, Leute! Damit beende ich diese durchaus coole, aber auch lange Happy Wheels Folge! Also Leute! Ciao!